Liebe Zuschauer, in der vergangenen Woche war wieder mächtig was los. Herzlich willkommen zu den DOZ News. Die Fotos lassen Schlimmes befürchten. Bei einem Ausweichmanöver wegen eines über die Straße wechselnden Waschbären verlor ein Fahrer in Nisterbrück in Rheinland-Pfalz die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto krachte gegen die oberirdische Absicherung einer Fußgängerunterführung. Das Resultat Totalschaden am Pkw. Doch Glück im Unglück, weder Personen noch Tiere kamen dabei zu Schaden. In der Nacht auf Dienstag kam es im Bereich Wertheim-Dietenhahn in Baden-Württemberg offenbar zu einer folgenschweren Verwechslung. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn aus dem Main-Tauber-Kreis berichtet, war ein Jäger gegen Mitternacht unterwegs, um ein Feld vor Wildschaden durch Wildschweine zu schützen. Dabei kam es offenbar zu der tragischen Verwechslung, denn er erlegte zwei Pferde, die sich neben dem Feld auf einer Koppel befanden. Den genauen Hergang ermittelt derzeit die Polizei. Zu einem Einbruch der etwas anderen Art kam es in der Westpfalz. Zeugen meldeten einen Rehbock in den Räumen einer Praxis in Otterbach. Die Polizei vermutet, dass der tierische Einbrecher von einem Auto aufgeschreckt in die Eingangspassage der Praxis gelang. Dort habe er die Eingangstür durchbrochen und sich schließlich in einem der hinteren Räume versteckt. Wie sich herausstellte, war der Rehbock kein Unbekannter. Die Feuerwehr und Wildtierhilfe Kaiserslautern fingen Hansi ein und entließen ihn am Ortsausgang in die Freiheit. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz hat Zahlen für das Jagdjahr 2020-2021 vorgelegt. Es lagen 55.230 Sauen auf der Strecke, ein Rückgang von rund 45 Prozent zum Rekordjagdjahr 1920. Beim wiederkeulenden Schalenwild kletterte die Gesamtstrecke mit fast 110.000 Stück Rot, Damm, Muffel und Rehwild erneut auf ein Allzeithoch. In Königslutter am Elm in Niedersachsen haben Unbekannte eine Reviereinrichtung angezündet. Ein Zeuge bemerkte starke Rauchentwicklung und informierte die Brandbekämpfer. Der hölzerne Unterstand konnte wenig später gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Den Angaben zufolge stand die Jagdhütte direkt neben einem Weg. Da dieser zu dieser Tageszeit noch stark von Spaziergängern und Hundebesitzern genutzt werde, erhoffen sich die Ermittler Zeugenhinweise. Und das waren die Meldungen dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.